Text ohne Worte, das ist ganz einfach ein linker Haken. Das ist am aussagekräftigsten. Das Reden ist hier eine sekundäre Geschichte. Hier zehn Taten, hier zehn Fakten. Das ist, worauf es hier ankommt. Sehen Sie mal, es ist ja auch so, die Frauen auf der Straße, die treffen sich mit dem Freien ja auch nicht erst zwei, dreimal zum Kaffee trinken und gehen dann mit ins Bett, sondern machen das innerhalb von fünf Minuten auf der Straße. Also hier muss man sofort zur Sache kommen. So sieht es aus. In der jeweiligen Situation weiß genau jeder, was gemeint ist. Und das ist auch so in der Sache. Jetzt die Leute, die jetzt Ärger machen wollen, die müssen schnell eine Antwort kriegen. An der Tür, die Türsteher oder in der Diskothek, die haben nicht die Zeit, da lange zu diskutieren, weil darunter leidet das Geschäft. Wenn es jemand wissen wollte, dann bin Karma erst, und zwar richtig, sodass ich davon überzeugt war, dass es okay ist, weil das auch fördern, weil das spricht sich rum und dann gibt es nicht mehr ganz so viele Leute, die es wissen wollen. Klar, es passiert ja schon mal, dass der eine oder andere erschossen wird oder abgestochen wird und dann sowas passiert eben. Dafür ist es ja auch eine große Spielwiese für Erwachsene. Aber wenn Sie jetzt hier auf St. Pauli Ihr Geschäft machen, dann ist es nicht wichtig, dass Sie ein guter Unterhalter sind. Da kommt es nur darauf an, dass Sie glatt sind, gerade heraus, korrekt. Das ist die Maxi und dann funktioniert das. Spann – bei dir.